ja wir sind hier wieder zurück hier im autowerk simulator und ich habe gute neuigkeiten wir haben sale in steam und das heißt ich habe jetzt wirklich alle vorhandenen dlcs gekauft das ist eine menge ich dachte es nicht dass so viel ist aber ihr seht was wir jetzt anfangen können alles schweden norwegen war in land usland lettland lithurn antwort sind rumanien ganze tal dann haben wir hier sehen wir die ganzen routen wie man transportiert werden könnte hier ist schon eine eingezeichnet denn ich glaube dieser teil kommt jetzt dazu aber gut wir haben nur mit zehn prozent natürlich erkundet wir starten jetzt folgendermaßen noch könnten von nürnberg nach bucharest das waren ziemlich teure aufträger warum auch immer weiß ich jetzt nicht mit was fangen wir an ist die frage wir könnten gleich einmal nach 1600 kilometer oder wir fangen mit nochmal nach dancing an nach malmür könnten wir runter nach florenz wir fahren jetzt einmal nach polen wir fahren jetzt einmal nach polen dann zack ist unser ziel Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Anzeigefehler, die DLC haben mir hier nichts von hier. Ich habe nichts bestellt. Aber gut. 266 Kilometer, wo fangen wir jetzt hin? Ah, das sind neue Firmen und so dann auch dazu gekommen. Das ist ja alles. Okay. Am Plan hat sich jetzt nichts geändert. Das ist also sehr komisch, wenn ich keine Anzeige habe. Aber gut, wir fahren jetzt einmal dorthin, vier Stunden. Gut zu wissen ist dann, dass wir natürlich auch schauen, welcher Auftrag bei uns in welchen Firmen ist. Oder nicht ewig fahren müssen. Die 260 Euro, die tut mir jetzt keiner. Gut schreiben natürlich. Ich weiß nicht, ob der Tempomat, bzw. wieviel der Tempomat da drin hat. Wieviel der Tempomat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kann nicht sehen, dass es jetzt die Uhr ist, aber es ist halt ein Vollerblödsinn. Ich muss auf das Gras treten. Daher gibt es ja eh ganz schön auf. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Millimeter, weißt du? Kann ich zuhause nachmachen? Kann ich zuhause nachmachen? Kann ich zuhause nachmachen? Ja, natürlich Spezialfrachten habe ich jetzt auch als DSD, Schwertransporte, wo ich auch gespannt bin, wie die Abrennen habe ich. Kann ich zuhause nachmachen? Warum fahrt der aber so schneller? Na ja! Kann ich zuhause nachmachen? Da fahren wir jetzt jetzt hart natürlich runter, weil in der 70er-Zone... Wir sind ein bisschen zu schnell fahren. Wie gesagt, das ist jetzt... Ich fand es halt jetzt dumm, die ganze Folge jetzt nur... Die Folge wird auch länger gehen, aber ich finde es halt dumm, die ganze Folge jetzt dann nur zu verblendern. Wir werden Anhänger abholen. Aber ich kann euch nicht viel über die DSD-Z erzählen. Da geht man EP-Wendor-Freien Fahrt auch interessant, gut zu wissen. Ich muss mal das Streckennetz nochmal anschauen, das ist in der Österreich dann. Ich kann mich zum Beispiel nicht rein, sondern an diese ganzen Strecken hier. Kann ein neues sein? Ich bin jetzt zu uns hier. Ich bin jetzt zu uns hier. Das ist der Pulitzer, muss man nur noch ein Paraffern. Leuk! Das ist so gut, oder? Braffen! Das wollte ich jetzt probieren. Das ist so gut. 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 Es tut sich komisch an der NKW zuzufahren, aber ich fahr mal zu jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neun Stunden, also erwartet um 18.45 Uhr. Wir könnten wirklich noch inzwischen schlafen, jetzt ist momentan der Ankunftszeit um 9.05 Uhr, das waren 14 Stunden, um 9 Stunden, das wäre, das wäre 19.05 Uhr, um 4.00 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 Uhr, um Das ist auch ein Wettbewerb, das ist auch ein Wettbewerb. Das ist auch ein Wettbewerb.